Okay, ja so, jetzt geht's, ja es geht weiter mit dem Let's Race, was ich schon mit Devil Inside lange vorbereitet habe und ja es geht eigentlich mal weiter und ich habe sowieso das Let's Race gewonnen, aber ich muss es ja auch mal zu Ende bringen, dass ihr wenigstens das sehen könnt. Okay, mir ist das eigentlich total egal oder, okay bisschen nur, welchen Platz ich erreiche, weil ich habe sowieso das Let's Race gewonnen. Okay, ich weiß jetzt, wieso ich das Spiel nicht lange mehr gespielt habe, in der verfickten Steuerung. Das bringt mir Geld, hat der einen Stern bekommen oder? Oh, ich hasse dieses verfickte Level, fünfter Platz, okay, hat der ein Ei gelegt? Ja, ich muss mich wieder daran gewöhnen und Pilz. Willst du mich verarschen, du dummer Bastard? Der springt einfach über die... Okay. Ach du Kacke, verdammt. Oh nein, jetzt weiß ich, wieso Devil Inside aufgegeben hat. Was hätte ich gemacht, wenn ich das gespielt hätte? Ich meine, davor schon. Okay, so, vierter irgendwie. Wie die letzte Runde. Ich dachte, es gibt ja mal fünf Runden. Oder gibt es das nicht mehr so? Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Leute, kein Kommentar, wie ich das jetzt geschafft habe. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Aber na ja, eben hier rüber gesprungen. Ach du heilige Kacke, wie schaffe ich nur immer solche unglaublichen Sachen. Wieso schaffe ich das nur? Na ja, ist egal, ist egal. Und komm. Ach, dieses Geisterlevel hast du so dermaßen. Ich fahre hier extra langsam. Weil wenn ich jetzt... Du verdammter Bastard. Wieso kriegt der Stern da, Bastard? Ey, wo zum Teufel soll ich das jetzt einsetzen? Sag mal das. Hier vielleicht nur. Okay. Verdammte Kacke. Oh, das war echt knapp. Komm schon. Ist das die letzte Runde? Ja, das ist die letzte Runde. Okay, ich... Okay, wie ist der gerade rüber gesprungen? Verdammt! Oh nein. Verdammt, ich bin draußen. Ja. Ja, okay, komm. Ich darf hier das wiederholen. Oh man, so eine Kacke. Boah, ey, nie wieder. Nie wieder dieses Spiel. Das kann ich jetzt schon sagen. Nie wieder. Ich demnächst wieder ein Let's Race mache. Wie war das hier? Könnt ihr vergessen. Ich mach das nicht mehr wieder mit. Jetzt kann ich auch endlich verstehen, wieso er keinen Bock mehr auf dieses Spiel hatte. Dieses Spiel ist bösartig und dieser Sprung war auch gerade unnötig, aber naja. Fünfter. Muss mindestens vierter sein. Dann komm ich weiter. Komm her, Luigi. Du hast mich getroffen. Okay, er hat mich jetzt hochgenommen. Das Spiel ist so dumm. Die Items sind auch noch dumm. Alles ist hier dumm. Okay, fünfter. Okay, irgendwie ein dritter geschafft. Ähm. Kacke. Äh. Äh. Warte. Ach so, Enter. Hab ich jetzt ges- Äh. Ges- Stated oder was hab ich gemacht? Äh. Egal. Egal. Ich hab's geschafft. Boah. Boah. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt schon. Oh nein. Jetzt weiß ich wieder. Es gibt fünf Runden. Jedes Level. Oh. Okay, komm. Okay, komm. Ach, jetzt weiß ich wieder. Diese Ecke mit dem Maulwürfen. Ich passe so richtig auf. Ey, dieses Spiel will mich doch verarschen. Mann. Ey, ich hab gar nen Bock auf den letzten Platz. Gib mir item. Gib mir sch- Ey, dieses Spiel will mich doch verarschen. Ich bin letzter Platz und krieg einen Pilz. Hallo? Okay. Betroffen. Okay Und noch was Ich spiele mit Tastatur Und nicht mit einem Joystick Also Joypad Ey, dieses Teil behalte ich so lange Ich werde keinen Bock auf Mir ist egal welchen Platz ich werde Ich werde nur keinen schlechten haben Okay, komm Die ganzen Leute können versuchen mich zu überholen Okay, so Okay Geschafft Huh, knapp hätte er mich noch überholt Aber ich hab's geschafft Donkey Kong wurde Gut so, Fünfter Gut, gut, gut Gut, gut, gut Ja, weiter Er wurde Fünfter Das heißt dann, dass ich dann aufgestiegen bin Kann es sein Ah, ich bin gleich auf mit ihm Huh, vielleicht kann ich noch Den ersten Platz erreichen Runde 4, Finale nicht Okay Oh, jetzt weiß ich es wieder Deswegen hab ich dieses Level gehasst Ich weiß jetzt wieder Ey, die sind voll nah Wo du immer deine Bananen Wirfst du Hund Okay Ich bin jetzt gerade nicht so Gesprächig Weil ich mich konzentrieren muss Wegen diesen komischen Bananen Von diesen verdammten Affen Okay Du ziehst ja perfekt, du Offe Okay Ich muss einen großen Vorsprung machen Dann hab ich's eigentlich geschafft So Okay Verdammt Ja Klau meine Münzen Du dreckiger Hund Eigentlich kann ich Ich kann keinen Den schlechtesten Platz jetzt bekommen Weil ich ja Dritter werde Und Peach ganz hinten ist Also ist mir das So Egal Aber trotzdem Darf der Affe nicht gewinnen Übertreib du Okay Komm Dritter Okay Der Affe wird erster Das weiß ich jetzt schon Oder wenn er in der nächsten Runde letzter wird Dann hab ich Chancen Aber das ist unwahrscheinlich Und Todd Gammelt irgendwo da hinten um Okay Okay Komm Weiter Verdammt Okay Sehen wir mal wie es jetzt weiter geht Okay Okay es kann weiter gehen Ich wurde kurz gestört Naja Ist egal jetzt Nur unwichtige Nebeninformationen Die kein Schwein wissen will Wenn doch Schreibt es in den Kommentaren Aber eher nicht Was war Was war das jetzt Mann Fick dich Der hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht Aber richtig Mann Leck mich du verdammte Pizz Missgestalt Mann Bowser Komm her Leide du Hund Du Hurenso Okay ich hab so oft zu beleidigen Aber das regt mich jetzt nur auf Ey Okay das ist noch nicht die letzte Runde Ich kann es noch hängenbiegen Okay Ach du Scheiß Verfickte Steuerung Mann So Ja ich weiß Als ich gefährdet bin Mann Ja ist klar du Ach du dreckige Missgestalt Mann Ach Leck mich Leck mich Einfach im Sack Ja Leute Ich hab ein Save Set gemacht Wegen so einer Kacke Wegen so einer Kacke Wieso lande ich jedes Mal im Sand Oh Ach Hier dreckigen Hunde Mann Ja komm Jetzt auf einmal kriege ich sowas Ist klar Jetzt auf einmal Ja Luigi Fick dich Mach Ach leck Eier Okay Ach komm Wie gesagt Wir haben im Moment nichts mal Um mich mal zu konzentrieren Okay Puh, verdammte Kacke. Seistate, ja, geschafft. Puh, endlich. Okay, komm, weiter. Was, ich bin Dritter? Ach, Kacke. Egal, ist nicht schlimm. Jetzt kriege ich einen kleinen Fisch. Yay. Champos für den Affen. Nichts für Yoshi. Und für mich kriege ich sowas. Ja, ich weiß. Dritter, Gratulation, Mario will die Bronze. Gutes Retten, niemals. Okay. Ähm, ja. 100 cc. Ja. Mario ist Standard. Special Cup Ways gibt's auch noch. Oh nein. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. leurs taxes. Mhm. Ja.